Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, das eine Frage beantwortet, die Sie mir hinterlassen haben, jemand, der einen BMW X5 mit einem Problem hat. Aber wir haben dieses Problem auch bei anderen Fahrzeugen festgestellt, dass sie nicht von BMW waren, du bekommst die Warnung des minimal niedrigen Ölstands und füllst sofort einen Liter Motoröl ein, Tatsache ist, dass du geprüft hast, dass der Ölstand auf dem Maximum ist, du hast es in die Werkstatt gebracht und rein die Werkstatt, die sie haben, haben den Ölstandsensor gewechselt und einen Originalen eingebaut, aber das Problem besteht weiterhin, sie haben die Verkabelung überprüft und festgestellt, dass die Verkabelung an Ordnung ist. Also woher könnte das Problem kommen? Erfahrung, wenn dies passiert, kommt das Problem normalerweise von der EQ. Sie können feststellen, dass die Füllstandssensor leuchte, kontinuierlich leuchtet, obwohl der Füllstand auf seinem Maximum ist, aber es kann auch vorkommen, dass die Füllstandswarnung nie aufleuchtet, obwohl die Niveau noch darunter sein Elminimum und das Problem bleibt, in diesem Fall, nach der Kontrolle, das Steuergerät und es ist etwas kostspielig, es zu zerlegen, aber die Lösung ist, eins von zwei, oder die Füllstände von Zeit zu Zeit überprüfen oder das Steuergerät wechseln, was manchmal muss man es ändern, es muss ein neues eingesetzt werden und es muss auch neu programmiert werden und das kostet viel Geld, nun, hier haben Sie dieses Video. Wenn es für Sie nützlich war, vergessen Sie nicht, ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank. Vielen Dank.